Herzlich willkommen bei Firma Entner Wohnideen, dem Familienunternehmen in Leingarten bei Heilbronn. Mein Name ist Marion Entner. Und mein Name ist Ulrich Entner. Gemeinsam bilden wir die Geschäftsführung von Entner Wohnideen. Die Firma Entner Wohnideen zeichnet aus, dass wir ein familiär geführtes Unternehmen sind mit über 100-jähriger Tradition. Hier gibt es den direkten Kontakt zum Chef und wir verfügen über eine eigene Schreinerei mit top geschulten Schreinern und Schreinermeistern, die jegliche Sonderanfertigung realisieren können. Wir arbeiten mit ServiceCheck zusammen, weil uns die Meinung unserer Kunden sehr wichtig ist. Und wir über ServiceCheck eine direkte und ehrliche Meinung der Kunden bekommen, über die wir die Möglichkeit haben, uns stetig und permanent zu verbessern. Wir freuen uns über jede abgegebene Bewertung, weil wir darin unseren Stand sehen. Besonders freuen wir uns natürlich auch über die Bewertungen, die positiv sind, wie zum Beispiel von Maria A., von Juli. Ich lese gerade mal vor. Es war wieder mal eine gute Entscheidung, bei der Firma Entner vorbeizugehen. Das ist unsere dritte Küche, immer von der Firma Entner. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben alle Möbel von Firma Entner, so wird es auch weiterhin bleiben. Das freut uns natürlich sehr und dafür danken wir ganz herzlich und werden auch in Zukunft alles tun, um dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Danke. Danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017